Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin die Corina und ich habe vorgestern das 9010-Metbett getestet und hatte mir das morgens um 10 Uhr hochgeladen praktisch und auf dem Bett installiert. Und ja, einmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Oliver Schacke, überhaupt diese Möglichkeit zu haben, das testen zu dürfen. Also ich finde das faszinierend und es war auch faszinierend, als dann mit dem Sprachbefehl Medbett, scan mich, zack, diese Energie bei mir zu Hause, bei meinem Bett installiert war und ich konnte das wahrnehmen, konnte das spüren, habe dann auch drei Stunden am Stück im Medbett verbracht, habe da ein bisschen Meditation gemacht, das Bett, den Scan machen lassen und habe dann schon gemerkt, wie die Energie an verschiedene Stellen in meinem Körper einfach hinfließt und ich hatte das Gefühl von einer Balance, also von einem Ausgleich. Und also faszinierend, auch bei der Energiearbeit, die ich gemacht habe, aber da waren sofort Effekte da, wo ich gedacht habe, oh, da hat sich was gelöst. Also faszinierend. Und nach den drei Stunden bin ich dann aufgestanden und dann kam mein Sohn und hat gefragt, und wie war es, Mutter? Und dann habe ich nur gesagt, ja, faszinierend. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, in meinem ganzen Körper sind irgendwie innen drin da war der kleine Lichtchen angemacht worden. Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe halt dieses Energie-Mangel-Syndrom, was so mit dieser Fibro zusammenhängt und das war faszinierend. Also mein Energielevel ist hochgefahren, ohne zu pushen, ohne dass das jetzt irgendwie wie 3000 Kaffee war oder so. Es war einfach wunderbar harmonisch, ausbalanciert. Ich kam in eine höhere Energie und ja, total faszinierend. Und ich habe dann mal drei Stunden Pause gemacht, war mal ein bisschen im Wald spazieren und habe dann gegen spät Nachmittag noch mal zwei Stunden im Medbett zugebracht und auch wieder so ein bisschen Meditation und Energieübungen gemacht. Also es ist faszinierend, diese Technik. Ich bin total begeistert. Ich kann das nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Es ist total spannend. Und ja, ich habe mich auch mal für die Forschung angemeldet und bin wirklich gespannt. Also ich habe das dann abends auch noch mal aktiviert, weil ich hatte ja von den acht Stunden noch ein paar Stunden übrig und bin dann auch ins Bett und habe dann auch das Medbett wieder aktiviert und habe dann noch gedacht, oh, jetzt hast du so eine hohe Energie hier, jetzt wirst du überhaupt nicht einschlafen können. Und das ging zack und wuckzuck war ich eingeschlafen und ja, und den nächsten Morgen wach geworden, aufgestanden und es war, ja, es war faszinierend. Ich hatte einfach ein total ausgeruhtes Gefühl. Das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehabt durch meine ganzen Erkrankungen, dass ich morgens aufwache und fühle mich vital. Also das hatte ich ewig nicht. Also das war dann der Nacheffekt praktisch nach der Nacht. Und gestern auch den ganzen Tag habe ich dann halt immer mal wieder so ein Gefühl gehabt von huch, wie so ein Déjà-vu, huch. Ich bin noch mal in dieser hohen Frequenz, ich bin noch mal in dieser hohen Energie. Es war total toll. Also ich kann es nur jedem empfehlen und noch mal herzlichen Dank, dass man das ausprobieren darf. Ich bin total begeistert. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.